Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary BO2. Ja, ich habe gerade schon aufgenommen gehabt, dieses 3 Minuten Video. Und dann habe ich festgestellt, dass mein scheiß Mikrofon falsch rum war und die Audioqualität so mal überhaupt nicht geht. Weil es einfach zu leise war und man den Raum mehr gehört hat als mich. Ja, das war nicht so gut. Ja, das Video was ihr seht ist ein Waffenspiel. Und eine Waffenspielrunde. Ich spiele da 16 zu 10, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich merke mir sowas immer nicht. Ja, also ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Ich bin Dritter geworden, das habe ich mir gemerkt, weil ich es gerade gesehen habe. Ja, so. Jetzt versuche ich mal, mich zu erinnern, was ich alles so gelabert habe im alten Video. Das war zum Beispiel, dass ich erst gar nicht aufnehmen wollte. Nämlich, weil ich einfach nur Stress in der Schule hatte. Also nicht wirklich Stress, sondern, ja, ich habe mir bis zuletzt übrig gelassen, noch zu lernen und für einen Geotopographie-Test, also Geotopo-Test und kennt ihr wahrscheinlich alle, muss man auswendig lernen. Und auswendig lernen ist nicht so mein Fall. Deswegen habe ich zwei Tage, wollte ich eigentlich eine Woche, zwei Wochen vorher anfangen, weil wir die nochmal verschoben haben und alles. Das habe ich dann natürlich, wie man es von mir kennt und wie ihr es wahrscheinlich auch kennt, weil das irgendwie fast jeder hat, habe ich das dann wieder aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben. Und dann zum Schluss, ich haue hier gerade auf meinen Hausaufgaben rum, und dann zum Schluss habe ich festgestellt, scheiße, ich muss es ja noch lernen. Und dann ging es los. Habe ich zwei Tage am Stück immer kräftig gelernt und deswegen bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich hatte auch überhaupt keine Freizeit wirklich, weil keiner, äh, weil immer jemand zu Hause war. Und, ja, ich dachte gerade, hier kommt jemand. Kommt da jemand? Nein, gut. Ja, es war immer jemand hier und jetzt gerade habe ich doch noch stummfrei gekriegt, sonst hättet ihr irgendeine verkackte Montage gesehen und die wäre scheiße geworden. Deswegen hätte ich gar nichts hochgeladen. Oder das Video hier mit Musik oder sowas und ich denke, dass wir keiner von euch sehen. Deswegen habe ich das so gemacht. Also kann ich doch noch aufnehmen und so. Und, ja, ich hoffe auch mal, dass ich bis zu, also bis nächste Woche wieder, ja, na, wieder ordentlich was produziert kriege. Auch mit einem ordentlichen Thema, denn ich habe überhaupt kein Thema und überhaupt keine Idee und deshalb, ja, nicht so toll gerade. Mensch, ich habe immer so das Gefühl, hier ist irgendjemand. Hallo? Hallo? Nö, ich höre keinen mehr. So, ja, ich wollte mich auch noch entschuldigen dafür, dass ich, ähm, ja, euch zugespampt habe eigentlich mit Videos. Jeden Tag ein Video ist doch ganz schön heftig so bei mir, finde ich. Also ihr guckt das Video dann immer nicht und ich würde es mir auch nicht angucken, weil es einfach nur noch so nebensächlich ist, keine Ahnung. Und, ja, dafür wollte ich mich entschuldigen. Kommt erst mal nicht mehr so oft, so kommt demnächst nicht vor. Nicht mehr vor. Und, ja, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch, aber vielleicht tut ihr mir halt den Gefallen und guckt doch nochmal die anderen Videos an. Und sonst guckt nächsten Donnerstag wieder vorbei. Ich sehe schon an meiner Totsprache, guckt mir gerade das Gameplay nicht nochmal an im Hintergrund, dass das Video fast zu Ende ist. Und, ja, aus diesem Grund verabschiede ich mich jetzt hier ganz langsam, damit ich auch wirklich noch auf die Zeit komme und nicht so wenig rede. Und ich habe auch überhaupt keine Idee mehr, was ich reden soll in der kurzen Zeit. Ich mache jetzt meine Englisch-Hausaufgaben und meine anderen Hausaufgaben. Und, ja, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.